Viele Chancen für Schalke, starke Paraden auf beiden Seiten, das Champions-League-Gruppenspiel zwischen den Königsblauen und Istanbul endete torlos. Für Aufregung sorgten zwei Schiedsrichterentscheidungen. Der FC Schalke 04 ist nach dem dritten Spieltag in der Gruppenphase der Champions League weiter ungeschlagen. Nach dem Remy gegen den FC Porta und dem Sieg gegen Lok Moskau spielte das Team von Domenico Tedesco 0-0 gegen Galatasaray Istanbul. Dabei waren die Königsblauen in der zweiten Hälfte das bessere Team. Coach Tedesco hatte die Startaufstellung nach der 0-2-Niederlage gegen Wehr der Bremen auf sieben Positionen verändert. Aus dem Bremen-Spiel verblieben nur Torhüter Alexander Nöbel sowie Salifseen, Daniel Kallegüri und Hamza Mentül in der Startelf. Reservekeeper Nöbel ersetzte den verletzten Ralf Fehrmann und kam so zu seinem ersten Einsatz in der Champions League. Innenverteidiger Naldo konnte ebenfalls aus gesundheitlichen Gründen nicht auflaufen. Dafür wieder mit dabei, Benjamin Stambouli, der nach seiner syndesmose Verletzung erstmals in dieser Saison zum Einsatz kam. Für Aufregung sorgte eine Szene in der 13. Minute als Istanbul-Skipper Fernando Muslera in den heranstürmenden Jefen Konoplo Anker hinansprang und damit eine erste gefährliche Schalker Torchance vereitelte. Die Aktion hätte Elfmeter geben müssen, Schiedsrichter Benid Bastien sei das anders, der Pfiff blieb aus. Erst kein Elfmeter, dann verfrüht der Jubel bei Schalke. Nach den ersten 25 Minuten war es ein ausgeglichenes Spiel, Galatasaray hatte mehr Ballbesitz, die Schalker gaben mehr Torschüsse ab. Kurz vor Halbzeit pfifferte Ehren der Dirk die bis dahin beste Gelegenheit für die Gastgeber, scheiterte aber an Schalkes Torhüternübel, der genau richtig stand und den Schuss aus 5 Metern mit dem Kopf klärte. In der zweiten Hälfte, 45. Im direkten Gegenzug parierte Muslera einen Schuss von Konoplanca und lenkte den Ball über das Tor, 45 Punkt plus 1. In der zweiten Hälfte vergab Breel Mbolo eine gute Chance, 48. Dann hatte der Schweizer Pech, als er zwar das Istanbuler Tor traf, 58. Der Referee aber auf Abseits entschied. Verfrüht der Jubel bei den Knappen, da der Assistent die Fahne erst sehr spät gehoben hatte. Schalke dominierte die zweite Hälfte, für drei Punkte reichte es dennoch nicht. Schalke hatte nach dem zweiten Spieltag mit dem FC Porto Punkte gleich, 4, auf dem ersten Platz der Gruppe D gelegen. Galatasaray hatte einen Zähler weniger. Da Poso 3 Doppelpunkt 1 gegen Moskau gewonnen hat, führt der Klub die Tabelle an, siebte Schalke ist zweiter mit 5 Punkten, Istanbul dritter, 4. Galatasaray Istanbul, Schalken 0 für 0 Doppelpunkt 0. Istanbul, Muslera, Linus, Maikon, Ozan Kabak, Nagatomo, 81. Baram, Minis Pilhanda, Donk, Ndiye, Sinan Gümis, 61. Selkuk in An, Derdok, 70. Zählik, Rodri Güs. Schalke, Nübel, Kaligiri, Salifzen, Nastasik, Mentül, Rudi, Stembuli, Uth, 90. Burgstülle, Sördar, Konublianka, 77. Zipski, Minis Embolo, 82. Keni. Gelbe Karten, Nagatomo, Linus, Wilhander, Embolo. Schiedsrichter, Benet Bastin, Frankreich. Zuschauer, 45.000. Schiedsrichter, Benet Bastin,